Guten Tag und herzlich willkommen zum Wiser by Feller Innovation Talk. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sein können, denn wir dürfen heute eine grosse Ankündigung für Sie machen. Wiser by Feller, die neue Connected-Home-Lösung für den Wohnungsbau. Elektroinstallationen in Wohngebäuden sind eines der wenigen analogen Systeme, die noch weit verbreitet sind. Mit Wiser by Feller präsentieren wir eine neue, zukunftsweisende Lösung der digitalen Elektroinstallation für Wohngebäude, die alle Funktionen herkömmlicher Installationen durch eine neue Generation digital verbundener Geräte ersetzt. Damit erreichen wir mehr Effizienz, Sicherheit und Komfort für uns alle. Bei Schneider Electric und Feller sind wir überzeugt, dass neue Technologien es uns ermöglicht, die Brücke zwischen Fortschritt und Nachhaltigkeit zu bauen. Die Digitalisierung hat die Art und Weise revolutioniert, wie wir zusammenarbeiten und zusammenleben. Die Digitalisierung baut eine intelligente Zukunft auf, eine Zukunft, in der der Mensch im Mittelpunkt steht. Intelligente Häuser, intelligente Gebäude, intelligente Infrastruktur. Was bedeutet dies für unser Gebäude? Die Entwicklung bei der Digitalisierung von Gebäuden hat unter diesen Herausforderungen in den letzten Jahren grosse Fortschritte vollzogen. Dies bis heute vornehmlich im Bereich Buildings, also Gebäude mit vorwiegend kommerzieller Nutzung, aber noch wenig im Wohnungsbau. Die Vorteile können wir heute bereits sehen. Effizienz im Energiemanagement, Effizienz im Betrieb und Unterhalt, sowie mehr Komfort für die Menschen, welche in einem solchen Gebäude arbeiten, leben oder konsumieren. Die digitale Dimension eines Gebäudes und was die digitale Dimension zu leisten vermag, bestimmen zentrale Aspekte wie erstens die Rahmenbedingungen für Energieeffizienz und Energiemanagement von Gebäuden, zweitens betriebliche Effizienz im Unterhalt und Verwaltung von Gebäuden und drittens die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen und Innovationen. Diese Anforderungen der involvierten Teilnehmer gilt es, künftig mit einer soliden Energieinfrastruktur in einem ganzheitlichen digitalen Ökosystem zusammenzuführen und sie über alle Ebenen zu vernetzen. Mit Weiser bei Veller dürfen wir Ihnen heute die zukunftsweisende Lösung Connected Home für den Wohnungsbau präsentieren. Das neue Connected Home System repräsentiert eine ganz neue Ära der digitalen Elektroinstallation und wird für alle Anspruchsgruppen im Wohnungsbau Vorteile und neue Möglichkeiten bringen, welches das Wohnen der Zukunft noch einfacher, effizienter und komfortabler macht. Bei der Entwicklung von Weiser bei Veller konnten wir viele Erfahrungswerte und Kenntnisse aus der Gebäudeautomation einfließen lassen. Bei der Entwicklung haben wir drei wesentliche Aspekte fokussiert. Erstens, das System muss offen und zukunftsfähig ausgelegt sein, um neuen Marktpartnern die Möglichkeit für die Bereitstellung von neuen Dienstleistungen und Services ihren Nutzen zu bieten. Zweitens, Einfachheit in der Anwendung für alle Zielgruppen, in der Planung, in der Installation und in Betriebnahme bis zur Anwendung für den Endnutzer. Drittens, Marktfähigkeit auf allen Ebenen. Das Produkt muss vom Einfamilienhaus bis zur Wohnüberbauung für Neubauten und Renovationen eingesetzt werden können. In Weiser bei Veller haben wir diese Ansprüche konsequent umgesetzt, um Ihnen die bestmögliche Connected Home Lösung zu bieten, um das intelligenten Wohnen so einfach wie möglich zu machen. Was das neue System Weiser bei Veller zu leisten vermag, wird Ihnen Raoul Bonade jetzt näher bringen. Weiser bei Veller – die Zukunft beginnt! Sous-titrage Société Radio-Canada Vielen Dank. Guten Tag. Was ich Ihnen heute vorstellen werde, ist die modernste Elektroinstallation der Welt für die Wohn-WOW. Die Anforderungen des digitalen Wohnens verändern sich im rasanten Tempo, wie Reto bereits ausgeführt hat. Um Wohngebäude für diese unkommenden digitalen Herausforderungen bereit zu machen, benötigen Sie eine sichere, stabile und leistungsfähige Elektroinstallation. Leider sind die meisten heutigen Elektroinstallationen analog und können daher keine Verwendung zum digitalen Dimension herstellen. Digitale Lösungen sind in der Regel sehr teuer in der Bereitstellung. Sie erfordern ein sehr spezifisches Know-how, über das die meisten Installateuren nicht verfügen. Und auch die Planung dieser Installationen sind in der Regel speziell, da sehr spezifische Topologien erforderlich sind. Weiser Byfeller ist mit dem Ziel entwickelt worden, die zukünftige Elektroinstallation im Residenzialbereich vollständig zu digitalisieren, ohne zusätzliche Komplexität in der Planung und in der Installationsphase. Dafür haben wir bestehende Gewohnheiten und Arbeitabläufe der Elektroplaner und Elektroinstallatoren analysiert und integriert, um die Installation und den Betrieb so einfach wie möglich zu halten. Und das haben wir, so glauben wir, ganz gut geschafft. Nun möchte ich aber die wichtigsten Highlights der digitalen Elektroinstallation von Weiser Byfeller vorstellen. Das erste und zugleich wichtigste Merkmal des Systems ist der neue Rot-Weiss K-Plus-Kommunikationsdraht. Über diesen zusätzlichen Draht werden alle Apparaten in der Elektroinstallation verbunden und stellen untereinander die Kommunikation sicher. Und diese Art von Draht kennen wir alle. Es handelt sich dabei um einen gewöhnlichen T-Draht, der einfach zusammen mit dem anderen drei Drähten eingesogen werden muss. In der neuen Welt der digitalen Elektroinstallation nennen wir diesen Draht den K-Plus-Draht. Und seine Rolle besteht darin, dass Geräte miteinander kommunizieren und Daten austauschen können. Das ist schon fast alles, was wir brauchen, um die Kraft der digitalen Kommunikation zu entfesseln. Plänen Sie einfach die Installation wie gewohnt und verlegen Sie den zusätzlichen Draht. Sie können sogar traditionelle Geräte installieren und zu einem späteren Zeitpunkt auf digital umstellen. Ein zweites Schlüsselelement vom Weiser-Weifeler sind die digitalen Apparaten, also alles, was üblich in der Wand steckt, vom Lichtschalter bis zum Sensoren. Für Weiser wurden vier Typen Apparaten entwickelt. Die erste Apparategruppe umfasst die klassischen Licht- und Motorenschalter, LED-Dimmers und Dali-Dimmers. Diese Apparaten sind die Hauptstelle, weil sie direkt an der Liste angeschlossen sind. Weitere Funktionen werden in den nächsten Monaten folgen, bis das komplette Sortiment von Feiler zur Verfügung steht. Übrigens, alle Hauptstellenapparaten funktionieren sofort nach dem Auspacken, auch als analoge Standardgeräte. Einfach wie gewohnt anschließen und sie funktionieren, wie Sie es erwarten können. Die zweite Art von Apparatentypen werden Nebenstellen genannt, weil sie Lasten nicht direkt verwalten können. Aber sie können sich digital mit anderen Geräten Apparaten verwenden, die direkt an Lasten angeschlossen sind, unabhängig davon, um welche Lasten es sich dabei handelt. Damit können zum Beispiel mehrere Licht- und Dimmerapparaten zusammengesteuert werden oder Motoren gruppiert und verwaltet werden, ohne dafür mühsam zusätzliche Drähte zu verlegen. Umgekehrt kann eine einzelne Hauptstelle von mehreren Nebenstellen gleichzeitig kontrolliert werden. Nebenstellen sind also sehr nützlich und verleihen dem System und ihre Bedürfnisse eine größtmögliche Flexibilität, ohne dass man die Kombi-Verdrahtung planen muss. Damit gewinnen Sie Zeit bei der Installation und Mehrwert bei der Nutzung. Die dritte Art von neuen Apparaten sind die Szenentaster. Sie sind speziell für die Bewohner ausgelegt, dass Sie jede Art von Szenen, wie zum Beispiel spezielle Lichtstimmung für einen gemütlichen Abend zu zweit, speichern, welche der Benutzer sich wünscht. Die Szenentaster können ganz einfach über das Smartphone programmiert werden oder direkt auf dem Schalter an der Wand. Sie können auch ganze Automationsschema, wie zum Beispiel Anwesenheitssimulationen, speichern, die dann mit nur einem Knopfdruck auf dem Taster ausgelöst werden. Mit dem Szenentaster enthalten die Benutzer so einen großen und flexiblen Spielraum, ihre ganz persönlichen Bedürfnisse auf der einfachsten Art und Weise zu gestalten. Und wenn sich die Bedürfnisse einmal ändern, können die gespeicherten Szenen jederzeit und so oft wie nötig geändert werden. Zum Schluss der vierte Geräte-Tipp, den wir heute vorstellen, sind die WISER-WLAN-Apparaten. Das WLAN-Apparat kann als Haupt- oder Nebenstelle fungieren. Sie sind physisch identisch. Der Hauptunterschied besteht darin, dass diese Apparaten, die digitale Elektroinstallation über das WLAN mit dem IP-Welt verwenden kann. Das Gateway kann an einer beliebigen Stelle im Haus platziert werden, idealerweise im selben Raum, in dem sich auf der Home-Router befindet. Zusammenfassend, vier neue Apparatentypen stehen Ihnen zur Verfügung. Auch bei der Inbetriebnahme einer WISER-WLAN-Fehleranlage haben wir vieles vereinfacht. Dazu sind weder große Vorkenntnisse noch aufwendige Fachkenntnisse nötig. Als erstes steht Ihnen ein einfacher Magnetstift zur Auswahl. Ist die Installation erstmals unter dem Strom, wird die Anlage über den Magnetstift in der Betriebsmodus aktiviert. Haupt-, Neben- und Sennentaster fangen an, in unterschiedlichen Farben zu blinken und danach können die einzelnen Schalter entsprechend der Vorgaben verbunden werden und nach kurzer Zeit ist die Installation auch schon betriebsbereit. Wirklich, wirklich gut. So einfach könnte noch nie ein Connected Home-System in Betrieb genommen werden. Und noch ein Punkt. Die zweite Möglichkeit der Inbetriebnahme folgt via unsere ganz neu entwickelte WISER-E-Setup-Installer-App. Rahel, zuständig für Apps-Entwicklungen bei der Fehler AG, wird Ihnen diese App und die WISER-Home-App vorstellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Raul. Zusammen mit WISER bei Feller lancieren wir auch zwei neu designte Apps, zugeschnitten auf die jeweilige Benutzergruppe. Einerseits ist dies WISER-E-Setup für den Installateur und WISER-Home für den Bewohner zu Hause. Den Weg, die Leistungsfähigkeit der digitalen Installation voll auszuschöpfen, ist die Nutzung dieser digitalen Werkzeuge. Bei WISER-E-Setup handelt es sich um eine sehr einfache App, die auf Android und iOS funktioniert und mit der jeder Elektriker digitale elektrische Inbetriebnahme machen kann. WISER-E-Setup folgt einem vordefinierten Arbeitsablauf, der intuitiv, schnell und einfach ist. Von der Objekterfassung über die Inbetriebnahme bis zum Übergabeprotokoll an den Kunden führt sie die App sicher ans Ziel. Ist die Installation erst einmal fertiggestellt, das heisst, das Haus ist verkabelt und die Schaltersteckdosen sind angeschlossen, kann der Installateur die digitale Elektroinstallation mittels WISER-E-Setup konfigurieren. Aber wofür genau tauscht der Installateur nun den Phasenprüfer mit der WISER-E-Setup aus? Ich möchte kurz anhand von drei Beispielen illustrieren, wie einfach die Anlage in Betrieb genommen werden kann. Die erste Funktion, die ich vorstelle, heisst FindMe. Sie hilft, die Apparate in der Wohnung oder im Haus ganz einfach in der App zu identifizieren und zu orten, um sie dann entsprechend richtig einzuordnen. Ist die Installation im App erst einmal mit allen Lasten sichtbar, könnten Sie via dem FindMe-Button den dazugehörigen Schalter suchen. Aktivieren Sie den FindMe-Button in der App, drücken dann den Taster eines beliebigen Schalters an der Wand und schon erscheint die dazugehörige Last in der App. Das hilft Ihnen bei einer Anlage mit sehr vielen Schaltern, mit wenig Zeitaufwand, alle Schalter in entsprechenden Räumen in der App zu finden und sie übersichtlich auch diesen Räumen zuzuordnen. Ist die Zuordnung erst einmal gemacht, können wir anfangen, Schaltergruppen zu definieren. Egal ob Hauptstellen, Nebenstellen oder Szenenschalter. Dies bringt mich zur zweiten Funktion, die ich vorstellen möchte, dem Grouping. Es dient dazu, eine digitale Verbindung zwischen Hauptstellen und Nebenstellen zu bindeln. Damit mehrere gleiche Funktionen als Gruppe geschaltet werden können. Dazu definieren Sie in der App, zuerst welche Lichter und Storen und somit die dahinterliegenden Hauptstellen in einer Gruppe zusammengefasst werden können und klicken Initieren. Mit diesem Klick fangen diejenigen Nebenstellen an zu blinken, die für diese Gruppe in Frage kommen. Mit nur einem einzigen Knopfdruck auf den blinkenden Schalter wird die Gruppe auf dem Schalter aktiviert. Szenenschaltungen werden mit dem gleichen Verfahren in die Anlage konfiguriert. Nun zum dritten Beispiel. Der Übergabe. Ist die Anlage fertig eingerichtet und abgeschlossen, wird im Hintergrund automatisch ein Übergabeprotokoll generiert, das der Elektriker direkt aus dem Smartphone an den Bewohner senden kann. Das ist die Magie von Weisser bei Felder. Eine vollständige digitale Installation, die von jedem Elektriker eingesetzt werden kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Stellen Sie sich nur vor, was diese App für Ihr Unternehmen leisten kann. Ja, es gibt noch viele weitere Funktionen in der Weisser eSetup-App. Jedoch möchte ich Ihnen Weisser Home, die App der Bewohner, nicht vorenthalten. Wie individuell auf genau unsere Bedürfnisse zugeschnitten, müssen doch heute die eigenen Handys sein. Hintergrundbilder angepasst, favorisierte Funktionen in den Fokus rücken. Weisser Home benötigt genau das. Jeder Benutzer kann seine Träume des Connected Home auf ganz auf seine persönlichen Bedürfnisse einstellen und die favorisierten Szenen, favorisierten Lichter oder Storren direkt auf seinem Homescreen zeigen lassen. In erster Linie sind die vom Installateur erstellten Szenen sichtbar. Jedoch kann jederzeit eine Änderung gemacht werden. Haben Sie sich dazu mal vom Elektriker ein Candlelight-Dinner-Szene gewünscht? Zeiten ändern sich und mittlerweile sind Kinder im Haus. Daher ist es Zeit, den Smart-Taster des Wohnzimmers nun in die Netflix-Abendszene zu ändern. Und wie wäre es doch zusätzlich mit einer Aufstehenszene fürs Kinderzimmer? Pünktlich um 7 Uhr geht das Licht gedämpft an und die Storen fahren hoch. Ein gemütliches Erwachen. Einmal im System können Sie die installierten Szenen-Taster auf die Bedürfnisse Ihrer Umgebung einstellen und verändern. Auch in den Ferien können Sie Ihr Heim im Auge behalten. Erstellen Sie eine Abwesenheitssimulation oder rufen Sie die zuvor erstellten Szenen via Remote von ausserhalb auf. Mit Weiser Home werden die Einstellungen zum Kinderspiel und ein neues Wohnerlebnis wird möglich. In der Entwicklung der beiden Apps standen die Bedürfnisse und Anforderungen der unterschiedlichen Zielgruppe zuoberst. Die wir zusätzlich mit unserer Erfahrung der vorhergegangenen Entwicklungen bei Schneider Electric und Feller zusammengeführt haben. Somit sind wir überzeugt, als Resultat zwei brandneue Apps in modernem Design und mit intuitiver Handhabung anbieten zu können. Testen Sie das neue digitale Erlebnis aus. Sie werden es lieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Danke, Israel, für diese eindrückliche Demonstration. Bei meinem letzten Punkt mochte ich noch die Vorteile des Systems in der Umgebung von Mietwohnungen ansprechen. Weiser von Feiler ist ideal für Mietwohnungen. Jedes Mal, wenn ein Mieter wegzieht und ein neuer Mieter in der Wohnung einsieht, erkennt das System dieses Erreignis automatisch und setzt sich selbst auf der vom Elektriker festgestellten Grundeinstellung zurück. Alle von Vormietern vorgenommene Anpassungseinstellungen werden gelöscht, anschließend seine Rechte für die Fernzugriff auf die Installation. Die Anlage ist nun für den neuen Mieter einsatzbereit. Für die Immobilienverwaltung sind weder Verwaltungsverzeuge noch ein komplexer Prozess erforderlich. Weiser Beifäller kann dies automatisch verwalten. Dies ist ein wesentlicher Vorteil im Digitalisierungsprozess von Mietwohnungen und wird helfen zukünftig allen Bewohnern, die Annehmlichkeiten einer digitalen Elektroinstallation zugänglich zu machen. Für die Immobilienbetriebe werden sich zukünftig aber noch mehr Vorteile ergeben. Die Technologie, die wir in Weiser Beifäller eingebaut haben, ist im Hintergrund als offene Plattform entwickelt worden mit einer flexible Open API, Application Programming Interface. Dies ist den Immobilienverwaltungen oder PropTech-Dienstleistern erlaubt, via die gesicherte digitalen elektrischen Infrastruktur auf Gebäudefunktionen zu kaufen und digitale Dienstleistungen und Services zu integrieren oder zu übernehmen. Weiser Beifäller bietet dafür zukünftig ein dreistufiges Integrationsmanagement. Erstens. Eine Integration auf Produktebene bedeutet, dass die Partner für Fehler patentierte Kommunikationbus K-Plus in ihre eigenen Geräte integrieren, sodass sie direkt über den K-Plus-Bus und das Weiser-Ökosystem kommunizieren können. Zweitens. Die nächste Integration erfolgt auf Systemebene. Und in diesem Konzept fungiert das WLAN-Gateway Weiser-Beifäller als Einstiegpunkt für eine gemeinsame Integration. Die Kommunikation zwischen Partner-Plattform und Weiser erfolgt über ein API, zum Beispiel über ein bestehendes Heimnetzwerk. Partner werden in der Zukunft die API-Dokumentation nutzen können für eine einfache Integration ohne neue Hardware-Entwicklung. Die letzte Möglichkeit wird die Zusammenarbeit auf dem Cloud-Ebene für spezifische Anwendungen sein, die komplexere Anwendungsfälle zwischen Weiser und Fehler-Partners ermöglicht. Mit der neuen Installationstechnologie wollen wir das Rückgrat der digitalen Elektroinstallation in der Immobilie legen und den Partners neue Möglichkeiten eröffnen, neue Services, Dienstleistungen und schlussendlich mehr Wert für den Nutzer zu generieren. Weiser-Beifäller ist Innovation auf allen Ebenen. Wir haben in vielen Jahren der Forschungs- und Entwicklung in Weiser-Beifäller investiert. Das System wurde von unseren Ingenieurs in Horgen vollständig entwickelt und wir sind sehr stolz darauf. Bei Weiser-Beifäller handelt es sich um ein System, das von Fehlern in der Schweiz exklusiv für die Schweizer Markt entwickelt wurde. So, wow. Was für einen außergewöhnlichen Tag. Weiser-Beifäller, die neue Ära des Connected Homes für Sie. Wir Weiser-Beifäller haben mit so viel Leidenschaft und Engagement auf diesen Tag hingearbeitet und es macht mich so stolz, Weiser-Beifäller heute mit Ihnen zu teilen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam an der Geschichte des Connected Homes der Zukunft noch viel Freude haben werden und ich freue mich schon heute mit Ihnen gemeinsam die Digitisierung des Wohngebäudes mitgestalten zu dürfen. Jetzt liege es an Ihnen. Gehen Sie mit uns den Schritt in der Zukunft. Unsere Fehlern-Kundenberater freuen sich, Ihnen das System vorzustellen. Diese und weitere Informationen finden Sie ab sofort in unsere neue Weiser-Beifäller-Website www.fehler.ch.weiser. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.